Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Vielleicht kommt es ab und zu, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt willkommen zu Minecraft City War, keine Ahnung wie wir das wirklich jetzt nennen werden, also den entscheidenden Namen haben wir jetzt noch nicht. Auf jeden Fall begrüße ich mit mir den Mr. Ballgame. Hallo. Jeder geht in eine andere Richtung würde ich sagen, oder? Oh. Ich würde dann in die Richtung gehen. Dann gehe ich in die Richtung. Jo, tschüss. Verpiss dich. Da drüben haben wir schon mal was geiles, so eine kleine Insel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir uns erstmal ein bisschen Holz. Wie ihr seht haben wir ja auch schon so ein bisschen Fleisch zum Anfang und drei Goldäpfel. Das liegt daran, weil wir beide absolute Noobs sind. Also ich besonders, ne? Also im Survival, da überlebe ich ja nicht so oft. Ja und dieses Projekt ist einfach so ein kleines Bauprojekt, ja, wo jeder eben, wann er auch Zeit hat, dass es eben da oder Bock hat, das aufzunehmen, den er aufnehmen kann. Bevor ich mir jetzt aufgefallen, die Sounds sind ein bisschen zu krass laut. Ja und eben mit Facecam eben auch, weil ich mal Bock hatte. Wir haben es by the way, äh, fast, also ein Uhr morgens. Dürfte eigentlich den PC gar nicht anhaben. Lübt mich aber nicht, im geringsten. Hoffentlich kommt jetzt mein Vater noch nicht hoch und, äh, oder sieht das jetzt hier über den WLAN oder so. Weil mein Vater ist so ein richtig strenger Typ. Nein, ja, 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 wie so, wie so, wie so. Jawohl. So, dann machen wir mal ein bisschen hoch. So, zack. Minecraft 2 Games Pro, wie so ist das euch? Ähm. Könnte auch ab und zu mal sein, dass man, dass man mich überhaupt nicht hört. Ich liege aber nur daran, weil ich ein bisschen scheiße bin. Und ich, äh, nicht, äh, gerne, äh, erwischt werden will, wenn ich hier am PC sitze. Oh. Ja, dann, das reicht erst mal. Aber hier noch ein Bildchen. Hallo? Ey, ich hatte echt mein Boot. Vergisse. So, dann gehen wir mal in die Richtung, so, ne? So, also. Das Ziel von, ähm, diesem Projekt ist es, wie der Name schon sagt, ein bisschen, ein bisschen, den anderen ein bisschen zu trollen, vielleicht auch ein bisschen, den ein bisschen was zu ärgern. Wir haben die Create Mod, by the way, hier dabei. Wir sind auf der 1.19.2. Sagen wir jetzt mal die neueste Version, also jetzt, für die Mods, sagen wir mal so. Ähm. Ja, wir haben in dieser, wir haben eben die Create Mod dabei, damit können wir eine ganze Menge automatisieren. Darauf habe ich, ehrlich gesagt, mehr Bock als, keine Ahnung, auf Minecraft Ghost, aber Minecraft Ghost ist ja auch sozusagen mein Story Projekt. Das muss ich, by the way, übrigens gucken. Das ist, das muss ich auch übrigens sagen, dass, ähm, ich hab, also Minecraft Ghost, der Server davon, den ich immer gerne dafür benutze, ähm, der ist sozusagen jetzt mal abhandengekommen. Also, die Welt ist weg, das heißt, ich musste mir etwas überlegen, wie ich das, äh, wie ich jetzt die Story jetzt weiterführe. Und, äh, ja, da, da, da wollte ich denn, wollte ich demnächst nochmal neu, äh, die Folge aufnehmen, die ich schon mal aufgenommen hatte. Äh, äh, ja, da muss ich dann nochmal machen. Äh, was ist denn da? Junge, 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 was haben wir denn da? Okay, dafür bräuchten wir wahrscheinlich eine Speedzrocke, der Levi Zui, das kommen wir doch mal gleich schon machen, ne? So, eine schöne Steinspeedrocke. So, warte, was ist denn das hier? Hat man da voll... Oh, leck mich, du Drixi. Oh, ja, genau, jetzt hab ich auch noch Langsamkeit. Heiz mal, du blödes Fittens. Und, ich bin so tot, ich bin so fucking tot. Ich darf jetzt schon fucking Goldapfel fressen. Warum bin ich jetzt schon wieder bestraft mit all dem? Also, hier bin ich ja schon lang gelatscht. Oh fuck. Junge, verpisst euch alle. Oh ja, leck mich doch alle am Arsch. Aller liebsten hätte ich ja. Eine Ewigkeit später. Weil es gibt ja für alles ja schon fast ein Monster. Eine Ewigkeit später. Oh, hier ist ein, das nehme ich doch gerne mit. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Nö, egal. Egal jetzt. Oh ja. Ach, geht doch. Ich hasse jetzt, wenn es laggt. So eine scheiß Bugs, alter. Hier ist eine Kuh. Die macht nur. Die ist nur Roffel. Der macht. Kloffel. Speck. Ich bin Monsterjäger, alter. Bin ich krank? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay. Okay. Ich bin so ein Paranoid, weil diese Schlesburg-Bäume jetzt aussehen wie ein Kack-Skelette an sich. Oh, leck mich. Ja. Verpiss dich. Verpiss dich, Zombie. Danke. Verpiss dich. Ich habe gesagt, verpiss dich. Na geil. Oh ja, klar. Oh ja, leck mich. Ja, danke. Danke für nichts zu dämliches Spiel. Lol. Scheiße. Ich bin so lust. Aber hey. Ohne, dass ich tauchen muss. Ich bin einfach so lustig. Ich bin einfach so gestorben. Ey, hier gibt es schon wieder null. Mit ein bisschen Eisen. Und das war's. Das ist wirklich enttäuschend. Minecraft. Das ist wirklich sehr enttäuschend. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen fetten Daumen hoch, da seid Abonnent meines Kanals. Schaut auf meinen Discord-Server vorbei und schaut bei MrBoreGame auf jeden Fall vorbei. Der hat auch ein Video, der hat sozusagen eines meiner Videos hochgeladen, weil wir es so ausgemacht hatten. Und das war das Minecraft One-Blog-Video. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Ich werde es in den Kommentaren schreiben, reinchecken, so ne. Und haut da rein und ciao. Leute.